Hallo, wir sind hier bei der Tagesschau. Heute waren wir bei dem BRD Museum und da haben wir so Bilder geguckt, wie vorher war die Neustadt. Heute haben wir so Neustadt angeguckt, zwei Läder besucht, einen Laden, so eine Frau, sie macht richtig leckeren Käse und der andere war Schokoladenspezialitäten. Danach sind wir zu einem Spielplatz gegangen, dann sind wir wieder hier in das Siedlung gegangen. Das war heute der Tagesschau.